Heute haben wir den 1. Februar den Start in den dritten meteorologischen Wintermonat und ganz Deutschland fragt sich, wo ist eigentlich der Winter? Wo ist der nächste Arctic Outbreak? Wo ist der Polarexpress? Ist er vielleicht falsch abgebogen? Jedenfalls bei uns in Deutschland kommt er erstmal nicht an in den nächsten 5 bis 7 Tagen. Und die Luftmassengrenze nächsten Donnerstag ist heute Morgen beim neuesten Lauf vom GFS-Modell plötzlich auch komplett verschwunden. Kann bald wieder drin sein, ist auf jeden Fall aktuell mal weg. Da schauen wir uns alles hier in diesem Wettervideo an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Nass soll es werden. In den kommenden 10 bis 14 Tagen erwarten wir 70 bis 80 Liter Niederschlag im Norden, bis zu 82 Liter hier nach Westen hin in Nordrhein-Westfalen, 80 bis 130 Liter nach Süden hin. Nur hier nach Osten würde es etwas weniger Regen geben bei 15 bis 30 oder auch 35 Liter pro Quadratmeter. Wir schauen aber erstmal auf die Höchsttemperaturen von gestern, dem letzten Januartag. Das hatte mit Winterwetter auch relativ wenig zu tun. 13 Grad, teilweise in Freiburg 13,5 Grad, in Mülheim sogar 14,3 Grad, in Rosenheim, in Bayern 12,2 Grad. Am letzten Januartag in München 11,7 Grad, wie gesagt, Winterwetter geht anders. Und selbst heute Morgen mit Ach und Krach hier und da mal Temperaturen im negativen Bereich reiht im Winkel. Die tiefste Temperatur heute Morgen minus 3,9 Grad. Der Brockenmagere minus 2,6 Grad. Der Fichtelberg auch nur minus 1,5 Grad. Der große Aber schafft es gerade mal auf minus 0,8 Grad. Also das ist eher noch sehr mild für einen Februarmorgen. Dafür gab es Wolken, zeitweise Regen in Nordrhein-Westfalen schon um die 7 bis 8 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das kann heute noch ein bisschen mehr werden. Und das hier ist die neueste Berechnung, gerade frisch eingetrudelt. Wir suchen die Luftmassengrenze nächste Woche Donnerstag. Das ist die Wetterkarte für den 8. Februar. Da sah es ja gestern so aus, als würde es kalt werden. Zumindest hier im Zipfelchen vom Nordosten mit Schneefällen. Temperaturen um 0 bis 1 Grad. Wir sehen jetzt 7, 8 Grad. Und die kühleren Temperaturen blieben uns fern nach dieser neuesten Prognose. Und im Westen 12, 13, vielleicht sogar 14 oder 15 Grad. Es könnte also alles anders kommen. Wir bleiben natürlich hier bei der Wetterlage dran. Aber auch insgesamt in der Ensemble-Prognose für Hamburg bis zum 17. Februar ist wenig Winterliches zu erkennen. Das muss man mal ganz klar sagen. Da gibt es auch nichts hinein zu interpretieren. Wir schauen auf das Mittel, was wir schon seit Wochen tun. Und stellen auch hier fest, es bleibt eher im positiven Bereich um die 5 bis 10 Grad. Und das geht so weiter bis zum 17. Februar. Dazu anfangs zum Teil starker Regen. Also viel Niederschlag und viel Wind. Und in Frankfurt am Main sieht es auch nicht viel anders aus mit dem Winter. Es sind eher vorfrühlingshafte Temperaturen. Fast mehrere Tage am Stück um die 10, 11, 12 Grad. Erst Richtung Monatsmitte eine leichte Abkühlung auf Werte um die 5 Grad. Aber von Winterwetter kann man da nun wahrlich nicht reden. Zeitweise fällt auch hier immer wieder mal Regen. Den Regen gibt es auch heute zwischen diesen beiden Hochs Enno und Frank. Da mogeln sich so ein paar Regenwolken rein. Die gehören zu einem Tief hier. Das ist gestern Abend an die norwegische Küste geknallt mit Orkanböen. Wir hatten es ja vorhergesagt. Es wurden Böen um die 180 bis 190 Kilometer pro Stunde gemessen an der norwegischen Küste. Da ging es also richtig rund. Zum Teil im Landesinneren mit einem heftigen Schneesturm. Von einem Schneesturm sind wir aber hier in Deutschland meilenweit entfernt. Heute Vormittag erst noch Regen. Zum Nachmittag lockern die Wolken auf. Nach Norden scheint dann zeitweise die Sonne. Im Süden noch etwas Regen. Temperaturen 6 bis maximal 10 Grad. In der kommenden Nacht plus 4 bis minus 3 Grad. Stellenweise etwas Regen. Man muss hier und da mit glatten Straßen rechnen. Ja und dann morgen am Freitag im Norden und Osten Wolken. Zeitweise etwas Regen. Im Süden meist freundlich. Temperaturen um die 7 bis maximal 11 Grad weiterhin deutlich zu mild für die aktuelle Jahreszeit. Und auch der Samstag sehr durchwachsen. Viele Wolken 8 bis maximal 12 Grad. Nach Norden stellenweise auch mal etwas Regen. Am Sonntag ebenfalls von Winterwetter keine Spur. Das krasse Gegenteil ist der Fall. Im Süden zum Teil 14, 15 Grad. Ansonsten 6 bis 11 Grad. In der Landesmitte zeitweise auch mal Regen. Und noch milder der Montag. Im Süden zeitweise Sonnenschein. Temperaturen so 11 bis 16 Grad. In der Sonne gefühlt wie 18, 19, 20 Grad. Nach Norden 9 bis 13 Grad. Viele Wolken, vor allem hier im Nordosten, zeitweise auch Regen. Und wir schauen auf den Dienstag. Es könnte noch wärmer werden im Süden des Landes. Da kann man schon gar nicht mehr von milden Temperaturen reden. Das sind schon warme Temperaturen. 15, 16, 17 Grad werden da wohl erreicht werden. Ansonsten 8 bis 11 Grad nach Norden hin. Zeitweise Wolken und Regen. Und der Blick auf den Trend. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mit viel Glück am Mittwoch. Ein bisschen kühler im Nordosten. Um die 3, 4 Grad. Da kann es auch mal Schneeregen geben. Aber danach milder am Donnerstag und am Freitag. Viele Wolken, zeitweise Regen. Insgesamt am Mittwoch 4 bis 10 Grad. Am Donnerstag 6 bis 13 Grad. Der Freitag 5 bis 13 Grad. Also Winterwetter wird es wohl nächste Woche bei uns in Deutschland eher nicht geben. Warum ist das so? Wir schauen auf die neueste Prognose vom GFS-Modell, vom Nullerlauf. Nochmal zur Erinnerung. Alle 6 Stunden berechnen die Modelle die neuesten Prognosen um 0 Uhr Weltzeit, um 6 Uhr Weltzeit, um 12 Uhr Weltzeit, um 18 Uhr Weltzeit. Und wir sehen am Donnerstag in einer Woche, am 8. Februar, kommen in der Höhe sehr milde Luftmassen bis nach Norddeutschland voran. Ja, und diese Luftmassengrenze wäre demnach aus Deutschland rausgeschoben worden. Kann sich aber in 6 Stunden wieder ändern. Wir blicken auf die Ensemble-Prognose bis zum 17. Februar. Und zwar wieder wie immer auf das Ensemble Mittel. Und müssen feststellen, zum Leidwesen aller Winterfreunde, es geht mild weiter bis zum 17. Februar. Es könnte aber dann so um die Monatsmitte ja ein bisschen tricky werden. Wir hatten es gestern gezeigt, das europäische Wettermodell berechnet ab der zweiten Monatshälfte tiefere Temperaturen. Eine Tendenz zu Winterwetter ist da drin, aber noch nicht so wirklich ersichtlich in den Ensembles. Und dazu anfangs Regen. Wir schauen nach Westdeutschland. Hier konstant mehrere Tage am Stück um die 10, 11, 12 Grad. Und erst Richtung 17. Februar etwas kühler. Zeitweise ist da Regen mit dabei. Im Osten gibt es auch nichts Neues zu erzählen. Der Polarexpress scheint falsch abgebogen zu sein. Demgegenüber eher eine West-Süd-West-Düse mit milden Temperaturen um die 10 Grad. So geht es weiter bis zum 17. Februar. Aber auch hier eine Tendenz zur Monatsmitte, zu kühleren Temperaturen. Und dazu ab und zu Regen. Wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier ist nichts zu holen in Sachen Winterwetter. Ziemlich eindeutig, wie schon vor über einer Woche gesagt. Da bleibt es erst mal mild, auch im Süden des Landes. Immerhin ist das hier eine Ensemble-Prognose für eine Höhenlage von 460 Metern. Und da auch um die 10, 11 Grad. Bis zum 17. Februar aber etwas kühler. Zeitweise fällt Niederschlag. Und wir blicken in die Landesmitte hinein. Auch hier Temperaturen in den nächsten Tagen. 10, 11, 12 Grad. Danach ein bisschen Abkühlungstendenz zum 17. Februar hin. Mittendrin Niederschläge. Ja, und das war noch die alte Prognose von gestern Morgen. Der Frühlauf vom GFS-Modell. Da war diese scharfe Luftmassengrenze noch genau hier über dem Nordosten drin. 1, 2 Grad. Hier hätte es Schnee geben können. Weiter nach Südwesten schon deutlich milder. Aber mittlerweile ist die neueste Berechnung eben so, dass die milden Luftmassen wahrscheinlich doch weiter nach Nordosten vorankommen könnten. Kann sich, wie gesagt, wieder ändern. Wir schauen noch mal zum Mittagsvideo drauf. Ja, und das CFS-Modell bleibt dabei. Es wird wahrscheinlich auch eher ein milder Februar werden. Der Dezember war milder als das neue Klimamittel. Der Januar ist jetzt milder geendet als das neue Klimamittel. Und der Februar könnte ebenfalls 1 bis 2 Grad milder ausfallen. Im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Hier vielleicht sogar Richtung Alpenrand bis zu 3 Grad wärmer. Wir müssen es abwarten. Vor allen Dingen mit Spannung warten wir ab, was in der zweiten Februarhälfte passiert. Wird es wirklich noch mal kalt oder bleibt es vielleicht doch mild? Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Tschüss, bis bald. Das war's für heute.